Untertitelung des ZDF, 2020 Das war ja, der Reina war, der uns geholfen war, in Bede. Wir haben so in Bede geholfen. Wir haben jetzt eine Hoffnung. Wir haben jetzt eine neue Handlung gefunden. Und wir haben uns besagt, die wir haben. Wir haben jetzt einen Monat. Das war's für heute. Ich habe 1000 Euro in der Stadt, ich habe meinen Monn und Jesus hat mir auch geholfen, dass es viele Menschen gibt. Ich sehe Menschen, die ich mir nicht mehr so sehen, dass ich mich nicht mehr so sehen kann. Ich habe meinen Monn und Jesus hat mir auch geholfen, dass ich mich nicht mehr so sehen kann. Und meine Tore, ich möchte auch immer so, dass es um mich zu hören ist. Ich will eigentlich nicht mehr so, dass wir einfach von der Künftflöse sind, oder wenn wir einfach von der Künftflöse sind, oder wenn wir einfach von der Künftflöse sind, oder wenn wir einfach von der Künftflöse sind. Ja, ich kann auch viel ausgehen, aber ich kann auch ... ...mehr ... So, ich glaube, hier noch ein paar, die wir jetzt haben. Ich glaube, wir können noch ein bisschen viel, fast sehr viel und auch viel. Der Bieter ist mir gut, mit mir zu bachen. Ja, genau. Du wär ihm, wann wir ein Christus erst, dann erst vor einem ihr Marsch. Du spürst, es ist ein Gerät, es ist ein Gerät. Ich wundere mich, wenn wir eine andere Geschichte hören und es sie해도. Nun, er, keine Chance haben. So, wenn Sie das wieder wieder auf jedes Leben und wieder zwei mit dem, so wie Gerhard Sander, so wieder, so wie die Kärnlosen und jetzt, und wieder da, wie die Jungs. So, was soll ich tun? Das ist sehr wichtig. Es scheint mir gerade die Brüder zu sein, und jetzt bin ich gerade im Bauern hier in der Topf, gerade wenn man es durchspielt wird, dass die Lüten und die Kunde brauchen können. Wir haben jetzt die Lüten und die Lüten und die Einbrüder überwacht, wenn man es durchspielt wird, gerade im Bauern hier in der Topf. Wir haben dort die Menschen geholfen, die eine Rüten und die Mutter verraten. Und hier ist sein Ziel, dass sie die Lüten und die Lüten und die Menschen im Bauern hier auswacht, welche sie uns dort haben. Da ist er gerade einmal im Bauern hier in die Erkrankung gemacht. Ja, das war eigentlich nicht so. Aber irgendwie, nun hast du ein Third Day, du ergerst so, und er hat so, du bist nach Zäun, und er hat so, in Seoul in Germany, und er hat nie die Frage, er kann mich bei der Handel an, für Spielaktion, und er kann mich bei der Matriere, irgendwie, ja. Ja. Ja, da und er hat so,